WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Wie gesagt, wir sind nicht aus der Welt, sondern wir bleiben dabei, unterstützen den Ralf, in jeder Hinsicht, auch wenn es mal um Flugzeuge geht und so weiter, kein Thema. So, dann wünsche ich euch allen viel Spaß heute und vielen Dank. Das ist natürlich kein normal zu fliegen, das Flugzeug, sondern ein wahrer Klassiker. Das heißt, man ist dann richtig im Drehmoment und am Luftschraubentrall ausgesetzt, den man ausgleichen muss als Pilot. Das ist also so, naja, was man bei heutigen modernen Flugzeugen alles weggezüchtet hat, hat er eben noch in Sicht. Deshalb stellt er natürlich so ein Apparat deutlich höhere Abforderungen an den Piloten. Aber beim Ralf bin ich mir sicher, dass er diese Hürde packt, zumal er ja durchaus verwandte, artverwandte Geräte fliegt wie die Pits. Und jetzt macht er sich noch vertraut mit der Jagd, die den seltenen Motor hat. Weil da geht Drehmoment und Luftschraubentrall andersrum, wie beim amerikanischen Motor. Und dann ist es gut, wenn man möglichst viele Faktoren vorher angeeignet hat, bevor zu viel auf einmal läuft. Trotzdem, wenn man mit dem Ding in der Luft ist, dann geht eigentlich alles locker vor sich. Die richtige Herausforderung ist, wie gesagt, das am Boden, also starten und landen. Das steht außer zwei. Da muss man sich wirklich voll anstrengen. Aber deshalb bleibt es ja spannend. Soll es ja auch, ne? Ja, es ist nicht langweilig mit so etwas. Ja, genau. Gut. Ja, Kater? Ja, okay. Eigentlich, aber nicht. Ihr habt ja alle schon gesagt, was zu sagen ist. Also ich wünsche dem Ralf und seiner Frau ganz viel Erfolg mit der Maschine. Viel Spaß, viel Freude. Und ja, wir werden den Lebensweg, was die Maschine betrifft, ja schon noch ein bisschen begleiten hier. Also da darf ich zum Lebensweg der Maschine in Zukunft noch was sagen, als ich den Kaufvertrag unterschrieben hatte bei den beiden vor einem Buffet. Das war, glaube ich, gefühlt vier Meter lang für vier Personen zu Hause. Dann kommt sie, aber bevor es geht, legt sie mal so einen Leitzordner voll auf den Tisch. Hat sie gesagt, das wollte ich dir vorher nicht zeigen. Das sind die Anfragen von Flugshows und Flugtagen. Aber wir bereiten dir das, soweit alles Fotoparts plus hinfliegen. Wir stehen dann schon unten und schauen dann der Dinge, die da kommen. Also man wird uns wahrscheinlich öfter mal irgendwo rumgeistern sehen. Und hören. Und hören. Hören klingt auch gut. Wir freuen uns drauf. Ja, ja. Absolut. Ja, ich bin doch drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020